Klick, klick, klick. Beste Synchronisation ever. Yo Leute, was geht ab? Back in the game, remember my neck 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 neck. Es ist wieder der Angel hier für euch am Start. Und heute, wie ihr sehen könnt, bin ich gerade hier nur so mit LEDs umgeben. Das heißt, wir werden jetzt so spielen. Freunde, wenn ihr wüsstet. Und ich habe mir gedacht, wir bauen uns heute eine Waffe zusammen. Natürlich Infinite Warfare, wie ihr sehen könnt. Ich habe ein Bildschirm. Das ist ein Video für euch, das kommt morgen. Ich hoffe mal, das Macca's Prank Video hat euch heute gefallen. Und wir bauen uns heute direkt. Ich habe noch nie eine Waffe zusammengebaut. Also wird das das erste Mal sein. Oh, wir haben was freigeschaltet. Jetzt muss ich mir was gönnen. Oh ja, das gönne ich mir. Hallo, ich muss hier eine Waffe zusammenbauen. Was, die kostet 4000? Scheiße, dann kann ich mir die ja gar nicht zusammenbauen. Belastend. Nein, wieso kostet die denn jetzt 2.000? Ach Leute, ich habe richtig reingeschissen. Egal, wir spielen jetzt hier mit der Klasse. Gönnt euch hier wenigstens ein Gameplay auf euren Nacken. Mein Gott, sieht das aus und aus. Wie in einer Disco. So Leute, jetzt müssen wir mal ernst gespielen. Keine epileptischen Anfälle. Wie Sie sehen, sehen Sie, dass das Spiel vorbei ist. Das ist mal wieder typisch hier, wenn ich aufnehme. Hallo, ich muss mich jetzt hier konzentrieren. Mein Gott, ich sah es heute noch nicht einmal. Ich sehe das aus dem Augenwinkel, was du da machst. Ich sehe es. Shit. Irgendwas ist hier runtergefallen. Das ist jetzt mein Schwert. Nein, nicht das, was ihr denkt. Sie sucht mein Düsseldorf. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Das war der übelste Luftkampf. Ah, mein Ohr. Ich bin gestorben. Nein. Wie sah das jetzt aus? Jetzt musst du dir vorstellen, ich habe ein Schwert in mein Ohr gerufen. Ja, das ist jetzt eine Challenge, Leute. Wir machen daraus jetzt eine spontane Challenge. Sie muss mich hier ablenken. Und ey. Hallo. Ich bin nicht schwul. Oh shit, jetzt kommen wir zu weit. Boah, wenn ich die zwei hole, ne? Wo ist der zweite? Nein, ich habe ihn fast gekriegt. Ich habe das angelöht und jetzt ist das in meinem Ohr gewesen. Oh mein Gott, das war so feucht. Alter, hier fliegen irgendwo Schlüssel zu Tode. Hä? Boah, das fühlt sich so eklig an dem Ohr, ne? Wie hinter mir. Pass auf, den gebe ich jetzt noch. 10 Euro. Jawoll. Leute, ihr schuldet mir jetzt 10 Euro. Nein. 5 zu 3, was ist denn los hier gerade? Hallo. Ey, ich habe noch Lippenbalsam drauf. Jetzt habe ich keinen Lippenbalsam drauf. Sag mir die Füße. Oh mein Gott, da kam direkt 2. Guck mal, der 1 hat 6-0. Ist das ein Hacker oder was? Boah, dieses Licht von der Seite. Oh mein Gott, wie ich ihn gekriegt habe. Franks. Er sieht mich nicht. Das ist ein Boxchen. Ey, ey, das ist unfair. So sehe ich gar nicht. Auf wen schießt der da? Der ist nicht meiner. Da unten. Du, weil ich auf LED stehe. Das ist mein Mist. Hä? Wie hat er mich denn gekillt? Hey, den hat man nicht mal gesehen. Ey, ohne Scheiß. Ich glaube, hier ist ein Hacker an der Lobby. Verbindete Drohnen und Unterstützung. Oh ja, da bist du in der richtigen Video. Aber bitte nicht mit dem Schwänen. Nehmen wir den 2? Kommt doch bestimmt. Das ist meiner. Ich habe mir den geklaut. Ich war zu langsam. Mein Gott, ich bin so scheiße. Komm, nehme ich einmal auf. Boah, ich glaube, die machen wir heute noch gar nicht, Mann. Gönnen wir uns jetzt mal diese Diamant-Tarnung hier. Haben wir Diamant-Tarnung gehört, heute? Diamant-Tarnung. Hab ich da Diamant gehört? Mein Gott, das ist ja wirklich so sexy. Nein, die haben schon wieder einen Wurm. Oh mein Gott, was war das für ein Besitzer? Warte, ist es nicht mehr? Ey, wieso werden die da in Rot? Wieso werden die da in Rot? Spielt das nicht? Ja, er ist gestorben. Vielleicht kann ich ihn das klauen. Niemals. Nein, ich habe eine Waffe aufgehoben. Oh ja, ich habe ihn jetzt in meine Waffe. Boah, das Teil ist voll scharf auch. Oh ja, ich bin meine Worte. Er hat mich auch gesehen. Aber ich wurde, als ich sie auf dem Auge nix mehr, ohne Scheiß. Ich bin blind. Triple Angel, bitte einmal. Nein, die haben den Wurm noch draußen. Was mache ich? Guck mal, den boxen wir jetzt. Nein, wie konnte er mich denn sehen? Ich dachte, ich bin so unsichtbar und kann ihn boxen. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Hä? Dead Logik, er hat mich nicht mal gesehen. Bin schießt nicht. Meiner. Das war sogar der König. Was ist denn da? Ey, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist denn hier gestorben? Oh mein Gott, die Waffe verzielt so. Ne. Freunde. Ne, Snacken ist heute nicht. Der Feind hat eine Konterdrohne gestartet. Oh Mann. Oh mein Gott. Turn on. Er wollte nicht boxen. Aber nicht mit Klitschko hier. Oh, klar, mein Mann. Ich bin so aktiv. Ne, Diamant. Das ist. Ey, mein linker Auto ist mir schon blind. Guck mal, ich lauf so gar nicht um die Wand. Ey, die Leute denken sich jetzt, dass ich in Wirklichkeit so scheiße bin. Na Leute, Spaß. Ich bin wirklich so scheiße. Oh mein Gott, die sind einfach alle. Ich hab keine Munition mehr. Nein. Okay, wir setzen eine Drohne neu ein. Heiz Maul. Wir verlieren dich. Na guck mal. Heiz nen Scout. Gezähl ich wenigstens mal auf dem Spiel. Nett, irgendwie. War nix mit dem Spiel. Hä? Jetzt boxe ich den. Eins, zwei, drei, vier. Dönitz, dönitz. Nein, er ist zu schnell. Ein Boxer auf die Augenbrauen gegeben. War von hinten. Oh mein Gott, zwei Stück. Ich hab in seinen Penis reingeguckt. Nein, die Kamera ist leer. Die Kamera ist leer. Das ist jetzt ein Scherz, Alter. Ja, egal, die Runde ist jetzt eh vorbei. Leute, 20 zu 14. Ich wote die Penis reing die ganze Zeit. Wieso guckst du dahinter? Das ist das Place hier vorne. Dacht ihr seht selbst. Dann würde ich sagen, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Alles weitere seht ihr ja hier um mich rum, ne. Da brauche ich ja gar nichts weitererzählen. Morgen kommt wie gewohnt wieder ein neues Video vom Adventskalender-Spanion. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Peace. Checkt mal die Beschreibung ab, die Glitzer.